einfach nicht begeisterte esserin heute ja genau ich finde es creepy ist die mithören aber unser Ziel war es um die mithören jetzt was? stay prepared sharpen your spears should we not return defending the cut falls to you if our chieftain agrees with this course sounds like good advice but let's hope it doesn't come to that chieftain? the weight of command is no small burden i can see that i take it you haven't spoken to araya yet why should i this is what she wanted to return to thunder's drum it is her only care so i should have known she would find a way to push aside my spear after the karja took my sister not all of her came back what happened to araya when she was a captive of the karja as a shaman she's adept with machines tracking them stunning them the karja used her to capture them for the sun ring where they were unleashed upon the innocent they made her part of their blood sport the shame she suffered beneath their pitiless sun she survived she endured endured by reminding herself of the spirit her purpose and now that's all she has tell me what happened to the first expedition araya led the way to the summit but it was blocked by a great door some kind of cauldron new metal we tried to break through but it was unflinching we were exhausted no way forward and machines behind i made the call to push back it cost us greatly but to remain would have cost us everything i had hoped to never subject araya to that again what do you think is beyond that door i do not know that expanse of metal that dead hum nothing sacred belongs there machines and death that's what the mountain holds death for us or for the demon and if we do find the spirit then perhaps we should put it out of its misery for what it's worth i'm glad you're coming with me someone has to keep a ray safe nope, absi come to me mozzarella clown geht's noch 17 einfach zu krass ja that gives gerne, gerne gerne, gerne wir werden mit diesem spiel nie fertig das ist das ist eloi this is it my chance to reunite with the spirit and perhaps to reunite her with the blue light it's not a chance i would have had alone i needed an outsider someone ignorant of our ways but no not ignorant i are you trying to thank me rea yes of course that's what you do untangle knots create possibilities thank you for making this pilgrimage possible i only wish it had not been necessary to humiliate our attack you were wise to let him come he's earned the right stubborn stone but he's had to be the war demanded it and so am i sui halli hallöchen danke fürs vorbeischauen ganz ganz gute arbeit lass dich nicht ärgern 69 0 danke palu was hast du dir jetzt gemacht palu aratak told me you were a captive of the karja for a long time it sounded bad for aratak it all comes back to that he thinks the karja changed me he did not they merely sharpened my focus when all else is lost you think about what's truly important the spirit the blue light the beyond and my brother too every time i felt the chill northern wind i thought of him worried for him sui was ist deine lieblingspasta sorte noch nix oh no mach dir was palu ergerst gern dann recht hast du what did the war do to aratak and cut away everything until only his true self remained unguilding ice no banuk has more sheer will he fought the karja for a thousand freezing nights yet always rallied his hunters at sunrise it is said he endured 23 wounds in those years his hunters counted them he never complains of one instead he complains that life with me is harder he's right what have i ever given him but struggle now that i'm chieftain of the werak i don't suppose i can order you to tell me about silence aratak would never have presumed to grasp for a secret of the conclave but you were not aratak and if you have dealt with silence your need is well apparent silence came to ban or from the distant north the young shaman of the owl's watch a remote werak that rarely comes south to parley silence was a shaman it was or at least when we sent runners to ask the owl's watch they said he was his knowledge of the machines was beyond compare and he was hungry to trade what he knew to the rest of us it didn't take him long to gain the trust of the conclave and eventually an invitation to attend what about you did you trust him no but he impressed me he carried himself with poise and authority i wanted to learn from him but that was not to be he was granted knowledge of our most sacred meeting place the frozen caves of the malmstrom a month's march from banor he met with us there as his custom at high winter but when we next returned the caves had been loaded relics of the old world stolen holes cut in ice in metal yeah that'd be silence all right he vanished with the spoils we sent our best trackers none returned and when we check back with the owls watch those who had vouched for him were gone as though he never existed und doch ein halunke dieser silence und was auch ein halunke dieser silence und was du denkst? er hat eine unvergleichbare sacrilege er ist unskrupulös und gefährlich aber auch brillant und künstler und wunderschön ohne equal außer vielleicht für dich jemand anderes würde ich aufgeworfen aber du kannst ihn mit ihm vor dem Nunca! Na dann? Auf geht's hier ist gerade was in den sinn gekommen ich will gucken ob ich bessere waffen und so bekomme wie war dein samstag marius was ist los warum geht zocken nicht bitte schlecht dumme hat rechnen du sollst dich aus ich wollte aus chillen sagen chill dich mal aus oh hallelujah vielen dank dir oder kaha vielen dank dir für deinen raid willkommen an alle wie geht sie bei der stream wie war euer samstag herzlich willkommen ich will jetzt hier hier langsame gehunde gesund gesundheitserholen ich habe kein schlackglas damit und blauglanz habe ich auch nicht genug damit gar nichts aber ich würde gerne wie rohstoffbeutel dann verkaufe ich halt was guten abend na wie geht's was habt ihr gezockt wir könnten ja vielleicht so haben du hast auch horizon zero dawn gespielt und wie weit bist du dann kannst du mir vielleicht ein paar fragen beantworten ich suche nämlich noch energiezellen und mein wiki horizon ist nicht hier das spiel geht unendlich lange ich habe das gefühl ich komme nicht zu einem ende er will schon wächterlinsen niemand ein lobo halli hallöchen ich bin super camp und habe nur zwei zellen ich habe nur eine ich habe nur eine man nein ich habe gehofft man mein wiki mein wiki horizon ist nicht da und antwortet mir nie und ich weiß nie wo ich die zellen finde oh lobo ist der man fragil ich brauche noch zwei energiezellen für damit ich ins ding kann warte mal warte mal ähm ne nicht inventar quest ein halt nur hier um ins waffenlager fehlen mir zwei energiezellen Und ich weiß... Oh, ne, ich weiß nicht, welche ich hab. Ähm. Ja, ich hab eine irgendwo... Shit, wo hab ich die denn her? Ich hab die hier bei... Bei Gaia gefunden, glaub ich. Eines ist in der Hauptkessel und liegt in einer Höhle. Und es war passbar. Hm. Ich glaub, ich hab die bei Gaia oben. In einer Höhle. Wo gab's denn eine Höhle? Shit, wo waren wir in einer Höhle? Waren wir in einer Höhle? Hier war eine Höhle, glaub ich, ne? Schöpfers Ende. Ah, zu hoch hier. Wo gab's denn noch eine Höhle? Ein Cauldron unten gab's? Eine Höhle. Halt die Höhle, wo man die dann einsetzen muss. Die war hier irgendwo. Einige Höhlen? Oh. I don't know. Wie gesagt. Keine Ahnung. Wir fehlen halt noch ein paar. 2017 gespielt, weiß nicht mehr alles. Nach einer Hauptkrise muss man sich von der Bergspitze abseilen und runterspringen. Versteckt und wird nicht auf der Karte angezeigt. Könnte, das könnte bei Gaia oben gewesen sein, nicht? Hier müsste man sich auch abseilen. Oh, ich weiß es wirklich nicht mehr. Oder hier hinten? Oder hier hinten? War hier noch eine Höhle? Hier könnte irgend so noch eine Höhle sein, ne? Ich bräuchte Banane. Banane, wüsste das. Banane ist einfach Wikipedia, Mann. Ähm. Brainlag. Oh, sonst machen wir einfach weiter, ich guess. Ähm. Ich hab ne Frage für euch. Was ist eure Lieblingspastasorte? Neue Info. Den Lobo leih ich dir nur heute Abend. Der gehört mir. Kannst du gerne behalten. Ich will hier niemanden von niemandem klauen. Bei Gott nicht. Das ist, äh, nicht so meine Art auf Twitch. Ähm. Ja, ich glaub, sonst gehen wir einfach rein. Wir müssen Bananefresse wachrütteln. Weil der hat noch gefragt vorhin, ob ich die Zellen hab. Ich hab' mir mal gesagt, ich hab's dir nicht alle. Er meinte... Oh, ich weiß nicht mehr, was er meinte. Als sei das bei der Urmutter und Elysia... ...noch was gewesen wäre. Ich glaube, die bei Gaia habe ich nämlich. Das wären dann nur zwei von drei. Bananenfresse! Du wirst gebraucht. Ist so. Im Endgame bist, dann kriegst du die Batterie nicht mehr. Wenn man eine bestimmte Hauptmission spielt. Oh, dann hab ich die quasi verpasst. No way. Da kommt man quasi nicht mehr runter. Shit. Well. Ich glaube, wir haben uns verpasst. Ja, bei Gaia... Aber ich glaub, bei Gaia habe ich eine Energie... ...eine Energiezelle genommen gehabt. Chat, ich glaub... ...bleibt uns nur eins. Ach, bei einem Krieg hier. Guckt euch mal das Riesending, was uns hier erwartet. Dann gehen wir jetzt mal rein duschern. Ich habe nämlich Draht. Oh, ich weiß noch, was ich machen wollte. Genau. Nämlich... Ich kann ja jetzt... 126... Er hat eine miese Handhabung. Ah, nee, 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 nee. So mach ich das. Was packen da... Sollte eigentlich... Ich kann keinen Schaden-Dings drauf machen, das ist ja sad. Aber dann packen wir einfach das drauf. Easy. Let's go. Neustart! Nein! Nein! Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Sonst kommen wir nie zu The Witcher und Man of Medan und Detroit become human. Far Cry, Marius. Denk an Far Cry. Denk an Far Cry. Wir wollen ja irgendwann ein Ende finden. Also, es fokt mich schon, wenn wir das, wenn wir die Zelle verpasst haben, ne? Oh, ja. Still ready? Oh, ja. On your word. Let's go! Are you ready then? Once we send, it will be hard to turn back. Ja, Marius. Hast du was Spezielles gemacht, dass es bei dir wieder läuft? Ah, dafür hätte man doch keinen Dreieck gebraucht. Ich muss ihn für diesen Reis verdrangen. I will sie nicht schaffen. Ich bin drip vor dem LenkaemAL proben. Nö, ROR. одна Check Southend. Eier танzierten. Detten, stehen dafür. Rein da! Das ist nicht alles, was das erwartet. Das ist das erste Mal, das finde ich auch. Also, rein in die Hülle des Lohn. Oh! Ah, pfff! Hallo? Hallo? Aloy? Warum schreit ihr mich an? Märchen? 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 Ah, okay, nicht hier lang. Up and over. Doch, doch. War das nicht richtig? Äh, Augen auf. Oh, Lesezeit! Die andere schreit rum. Ruskida? Märchen? Das triggert mich. Also. Joshua. Die Rückkehrer des emeritierten Direktors. Netter Holo-Titel. Gina. Nein, blöder Titel. Noch mieseres Thema. Das Kamerateam würde vor Langeweile sterben. Joshua. Von mir aus, Gina. Es ist trotzdem das Aufregendste, das seit langem in diesem Höllenschlund los ist. Ein Maßstab für Aufregen ist deprimierend Dindrich. Ich hole hier raus, was ich kann. Danke, sagt Joshua. Gina. Du hättest immer eine Schwäche für Kenny. Joshua. Wie bitte? Niemals. Seine Ohren sind riesig. Abgesehen davon war er viel zu beschäftigt, Anita anzuhimmeln. Gina. Ich will vor allem wissen, was er hier macht. Das ist nicht normal. Joshua. Er hat dabei geholfen, die fortschrittlichste Geothermieanlage der aller Zeiten aufzubauen und ist dann in den Sonnenuntergang geritten. Jetzt will er nach seinem Meisterwerk schauen. Scheint mir ziemlich normal zu sein. Gina. Aber wieso jetzt? Er treibt sich ständig in der Kühlanlage rum und stellt Fragen über Cyan. Glaubst du, da stimmt irgendwas nicht? Joshua. Die letzten Werte zeigen keinerlei Abweichung von unseren Aufzeichnungen seit dem letzten Mikro... Mikrobe... Mikrobeben-Schwarm. Blblbl. Vielleicht macht Kenny gern Exkursionen auf Fahrhauskosten. Gina. Das ist 14 Jahre her. Diese Konten sind doch mittlerweile bestimmt eingefroren. Ist es wirklich schon so lange her? Verrannt. Ich wäre alt. Nicht alt, nur langweilig. Okay. Nichts verstanden von dieser Unterhaltung. Aber ähm... Jetzt können wir weiter, oder? Oh, wir müssen klettern. Ah ja. Hallo. Hallo. Ist die nettes Wesen hier unten? Kann ich es anschleichen? Da kommt der nächste Hampel mal gehampelt. Ähm. 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 Und dinne. Umm. Es steht gar nicht auffällig rum ne. Wie hat er mich gesehen? Okay, Treffen ist was. So, nehmen wir hier mal alles mit. Ein bisschen Draht. Draht ist immer gut. Warum schleiche ich eigentlich? Ja, ja. Ja, ja. Und dann wieder hoch. Wir müssen duschern, was es hier noch so gibt. Nehme ich nämlich mit. Hier scheint es aber nichts mehr interessantes zu geben. Vielleicht gibt es da hinten noch was. Na, hier ist wohl nichts, ne? Das ist für, wenn die Fights schwieriger sind, als das, was ich mache. Na, 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 na. Ich stehe. Let's go. Gib mir was Gutes.